Willkommen zurück! Der Alligato greift an und wir versuchen uns zu verteidigen. Weg, 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 weg! Scheiße, scheiße, scheiße! Boah, fast hab ich den Jungen erschossen. Da schwimmt er. Er hat nicht genug. Du bist okay, Kind. Entschuldigung, Jules. Ich denke, alle diese Geschichte waren wahr. Big and bad. Das sind ungewöhnlich. Normalerweise die kleine sind schweig. Die große sind schweig. Ja, ich denke, er hat niemals seine schweig. Er hat mich an dich an, Arthur. Ich glaube, ich glaube, ich habe nie gesehen, du schweig vor, Dutch. Ich war nicht derjenige, schweig. Ja, du warst nicht in der Wasser. Und dieser schweig war fast zu essen. Können wir eine Hilfe? Oh, mein Gott. Da ist ein Monster hier. Er hat mich an, aber er ist alive. Oh. Er hat ihn warm. Er schweig ihn schweig für die Infektion. Danke. Both of you. Ich bin in Ihrem Service. Anytime you need. Danke, Thomas. Wo können wir dich finden? Wir treffen uns hier. Sehr gut. Kann ich einen von dir helfen? Ich gehe zurück in den Kampen und schweig die Irritable Frau O'Shea, die mehr Probleme ist. Ich werde die Kinder holen. Ich habe dich hier zurück, Arthur. Herr Arthur. Herr Arthur. Herr Brunty. Er ist ein schlechter Mann. Ich weiß. Er hat ein paar gute Leute. Er hat viele Leute gehört. Er hat eine Menge Leute gehört. Er hat definitiv einen bestimmten Charme. Ich sehe dich bald. Du bist sicher. Wir haben Monster hier. Na ja. Ich bin mit Monster. Ich bin mit Monster. Da geht's mal. Ich bin mit Monster. Das war intensiv. Wir haben den- Oh. Wir können da für unsere Angel-Ausrüstung einkaufen. Geil. Oh, das war geil, wenn wir den Kauf, weißt es. Gefangen hätten und ausgebeutet. so wir brauchen das und 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 das ach so wie viel wir können mehrere davon kaufen oder was okay wir haben alles mehr davon kaufen okay aber so haben wir schon mal alles und verkaufen naja behalten wir mal jetzt können wir endlich mal ein bisschen was angeln immer vorsichtig er kommt schon zu meinem pferd gerannt und das scheint schon immer was passiert warum es hier ein glas gefallen wer hat sich geschlagen ist das hier ein dorf oder was ist das hier überhaupt so was haben wir denn noch zu tun wir haben hier alles erledigt oder was hier haben wir alles erledigt ok warum denn da was haben wir hier fliegende abler haben wir nix darüber okay dann machen wir das auch später warum haben wir denn hier nichts okay dann bleibt uns nur die aufgaben dann machen wir das mal für den wenn wir schon die nur die eine aufgabe haben dann machen wir die auch dort wird auch für die folge das haupt mission sein denk mal mal sehen was ist das die mit dazu der umziehen wollte ich kann auch nicht sein fack aber das ist die region wo wir haben 512 viel geld haben wird 1000 ich will das nicht zahlen wir haben keine andere wahl müssen das zahlen irgendwann 24 grad los werden was überfahren was haben wir überfahren kaninchen ein hieschen ein eichhörnchen was das wo mitnehmen ok eichhörnchen ja mitgeholt doch das wir haben doch das mission ist jetzt ach so okay weil wir von da weg gefahren sind ja gut kommen wieder zurück das ist ja uncool die hätte auch direkt anzeigen können das war doch da na gut na gut was machen wir mit dem fisch was wenn er runterfällt ich wollte eigentlich noch was was hier los was los ja ich bin hier was denn was denn was denn was alligator hatte ich gewischt oder was schlange hatte ich gewissen nein machen wir dann gift aussaugen warum kommt man da kommt ja ich probier mal dran ne kommt man selber nicht dran zum aussaugen ich hab mir 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 so sieht es aus ja verschwinde lieber wenn du hier gebissen wurdest wir haben wieder was überfahren ja ein frosch hey frosch wollen wir mit schöner frosch ein frosch komm steig auf und wieder zu dodge so ein frosch haben wir erwischt einen mann haben wir ausgesaugt also okay wir haben das gift ausgesaugt und hat sich gelohnt in die richtung zu zu reiten so und wieder zurück jetzt ist schon wieder hier dodge der hat die mission das ja deshalb haben wir den typen ja gerettet ne und jetzt haben wir die mission mit dem schiff aber was genau was folgt denn die nochmal ups ah der will nach tahiti ne keine ahnung ob das klappt oder nicht was der überhaupt vor hat ja ich bin auf dem weg ok thomas let's get going right you are das gericht ist am besten sowjetos ja ok am besten kalt sowjetos so hey bill you were a sharpshooter in the cavalry weren't you what when we get there maybe you could help with the suppression fighter i never said i was no sharpshooter oh that's right what was it the nation's most loyal latrine digger wasn't that it yeah well i fought and i fought well so you always tell us you taught me something you could do with learning them indians were savages watch your mouth there boy watch it only type of savage in these parts a moonshine swillin pompous inbred locals dutch i saw things out there i don't doubt you saw things bill but your tiny little mind was too small to comprehend what you saw what you saw was people who lost everything to savagery savagery of peasants failures come from europe to reap some awful vengeance on god's last creation interesting way you boys gotta prepare for a killing i'm sorry i wasted my life trying to teach you boys love you though i do well i'll leave and love aside you think we got this don't you never leave and love aside it's all we got oh there come some alligatoren die fressen bestimmt unseren fahrer ne wo sind sie überhaupt ne ach von den typen ne wir wollen doch den ausrauben und äh deshalb wollten wir das von hukum anschleichen mit unserem boot ja sind wir jetzt rüber oder was ja ne ja dann komm ab mit euch ja und ich ich kann es auch was geht lenny bill you're with me arthur john you take the left side if you see a shot you take it okay so jetzt arthur let's go los geht's wir sollten vorher mal äh Dead Eye aufladen äh und wir können doch äh Dead Eye oh nein wow das war knapp ich war doch beim schalten gerade das war gerade gut ne hat Detail sehr viel aufgeladen genau sehr gut äh und Messer oder probieren wir erstmal mit dem Messer you see those two stay out of sight you got a shot on them ah die abknallen direkt was Leute nicht direkt ja was was denn schalte fuck alter ihr kranken fangen die direkt an ihr alle abzuknallen da hätten wir auch direkt vor durch die vordertür gehen können ab los Nächster! Nächster! Schott! Komm raus! Komm raus! Mann! War der das? Hör mir eine Lampe! Scheiße! Sehen wir ja nix! Okay, der ist ausgeschaltet! Weiter geht's! Komm schon, komm schon, Jungs! Boah, wie viel Leichen hier! So viel plündern! Naja, aber die haben nicht so viel Geld dabei! Ups, what the f... Ja, ich bin dabei! Pfff, wir haben doppelläufige Schottigan! Eintreten! Bam! Boah! 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 Holy Shit! Oh, Holy Shit! Wir haben den der Arm weggeballert! Alter! Was geht ab? Boah, ey! Boah! Boah! Krass! Was? Hjetzt er den Spiegel hier rein! What the f... Schnell nachladen! Alter! ist das eine krasse shotgun mann alter what the fuck schießen alle die köpfe weg weiß hier nichts in dem kleinen hier bestimmt auch nix oder und war der das nein doch das war der nein das ist er ja super einmal will der schießen hat nicht mal ja john kassiert ich sag ach du willst nicht anfassen aber ich heftig heftig wie wir alle weggefetzt haben es geht weiter oder was kann unser schottigern wiederholen doppelläufe was jetzt mit ihm sollen wir den mitnehmen oder nicht habe ich denn jetzt richtig oder nicht solche methoden oder nicht wir holen den mit als trophäe wie die alle da stehen und ich kassiere einfach alle diese headshots ne ich liebe das das ist so heftig krass wir haben doch gar nicht ausgeraubt ne da war so viel geld hätten so viel geld kassieren können und wo ist sein tresor und alles und das ist so viel geld kassiert und ja hey big man wir können ransom you or what your pussy well i am because from where I'm sitting you're the one deserving of pity my friend all your man all your money all your money it weren't no match for a bunch of bumpkins you are nothing you do nothing you mean nothing you stand for nothing me I run a city and when the law catch up to you you will die like nothing I am this country you 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 are what people are running from I possess things that you will never understand you don't even possess your own men a thousand dollars to the man who kills him and sets me free what are you gonna say now they are even bigger fools than you no doubt the law will find you already the dogs are on the way oh yeah oh you're right you are so right they are good at smelling filth huh so your filth has got to be distosed our friends of pakerdance gonna come and rescue you you repulsive little maggot call them now you call them hell hell shit how all that stuff can do Xbox Es ist nicht schön. Ich weiß es. Aber es ist uns oder ihn. Ich glaube es könnte auch er sein. Ava tut nicht so. Wir haben es auch probiert. Ja scheiße ne. Dutch rastet langsam ein bisschen aus. Was machen wir denn jetzt? Ist das gut? Ist das schlecht? Ava was machst du? Wie gefällt dir das? Die Entwicklung. Nicht so gut ne? Ach ja. Unser Boot ist hier. Rache ist ein Gericht. Was? So. Haben wir das. War hart. Aber entweder er oder wir. So hieß es ja. Ah da kommt jemand zu mir ne? Was willst du? Gegenstand geben. Achso. Gegenstand geben. Warte doch. Warte doch. Wo bist du? Ach da. Ja nice. Schau mal. Wir haben Kräuter. Haben wir schon mal? Für sie? Was können wir hier? Ja wir können nichts verbessern. Jedes Mal geschafft ich Verbesserung und dann können wir ja nichts. Wenn wir nichts gefangen haben. Ja bring mir Materials. Ja ich gebe dir Materials. Aber hier gibt es nichts mit Krokodilen und so. Du solltest was anderes fangen. Oh das war's ne? Was ist jetzt hier? Ja okay die Mission hier ist jetzt nichts ne? Was haben wir? Was kann man da hinten machen? Wieder Axt schlagen oder was hier? Oder was ist hier? Ach Säcke tragen. Ne kein Bock gerade da drauf ey. So wie sieht das aus? Können wir Schnellreise machen nach Buxtehude da hoch? Oder geht das nicht? Ach ich dachte der ist tot. Der liegt nur da. What's going on? Nix going on. Haben wir die Shotgun behalten? Die alle weggefetzt hat ey. Äh krass. Die war echt krass. Hi. Oh fuck. Wo ist mein mein Bettchen? Ich will gar nicht in Bettchen ne? Ist ja noch ein bisschen aufgeladen. So komm aber Munition brauchen wir ey. Wir haben so viel geballert. Äh flinte. Ja flinten Munition ist gut. Flinten Munition und Bogen. Bogen haben wir auch schon nix mehr ne? Äh das war's? Ja noch hier ein bisschen. Was ist da oben? Messer? Oh Messer ist gut ja. Haben wir gar nicht verbraucht. Der Messer ist gut sag ich. Äh was ist das hier? Molotow? Ja nice. Molotow kann man gebrauchen. So und jetzt? Äh nicht umziehen. Äh Schnellreise. Nach 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 nach. Wohin wohin? Äh muss ich nachgucken ne? Ähm wir wollten. Boah ist das weit? Citadelle Rock. Können wir da hin? Haben wir sowas überhaupt hier? Äh Citadelle Rock. Sehe ich nix davon. Ha. Okay. Was ist denn in der Nähe dann? Was für... Äh wo ist das nochmal? Oh das ist ja ganz oben ne? Äh Valentin. Okay Valentin könnten wir ne? Haben wir Valentin hier? Auch nicht oder? Doch Valentin. Okay. Ab los mit dir. A4. Aber so. Ähm äh scheiße das ist jetzt so wenig Häuser. Ein Häuserkampf gefällt mir richtig gut. Aber okay. Gibt's nicht viel zu zielen und so. Aber das bockt richtig so. Richtig ehre genommen. Boah. Fetzt ey. Heftig. Aber macht Spaß. Ich wollte eigentlich richtig nicht so einen Motherfucker spielen. Aber irgendwie. Motherfucker. Werden immer nur gejagt. Das heißt so bisschen bisschen nett. Müssen wir auch sein. Und sind wir da? Oh da gibt's auch ein Feuer. Okay. Da können wir bestimmt ausrauben wieder. Oh wir sind da. Komm schon. Zack. Jetzt tauchen alle Leute nacheinander auf. So sind die Ladezeiten ne? Halt. Ähm ähm ähm. 500? Nein. Wir haben hier 500 Kopfgeld ne? Scheiße. Oh die bauen hier ein Haus. Cool. Ja was gibt's denn? Ja. Guten Morgen. Habt ihr denn was für mich? Oh was ist da hinten? Oh nein. Was macht ihr? Was macht ihr? Entschärfen. Direkt weg? Ja komm. Bisschen Dankbarkeit wäre nicht schlecht. Oder hier. Einfach nur so direkt weg. Oder kommt er wieder? Nein. Da rennt. Mich hat aber keiner gesehen oder? Nichts passiert. Nichts passiert. Oh hier hinten. Der ist es bestimmt ne? Hast du geguckt? Okay hier gehen wir rein. Ist das das Fragezeichen oder nicht? Okay es ist es nicht. Da hier vorne ja. Was gibt's denn hier? Grüßen. Milksoph dauer. Aber tis no matter. Can you help me? Maybe. See? Even he is sick of hearing your nonsense. You afterthought of a child. I apologize sir. For his smell. Why don't we come back here. To somewhere more conducive. To displays of utter gallantry. And deep seated inadequacy. Well. What did you have in mind? Schau mal eine Brille auf meine Hände, wie William Tell. Das ist ganz schade. Sehr schade. Der Mann ist ein Moron. Schau mal eine von mir aus mir. Ich bin der brave. Ich bin nicht schade. Ich bin ein guter Schade, aber... Ich will nicht even flinch. Ich will nicht schlafen Sie, Boss. Ich kann nicht verlieren. Ich werde either prove meine Masculinität oder sterben und sterben werden. Er ist die Firma. Komm, Sir, bitte. Okay, dann. Easy. Soll ich dir in den Kopf schießen? Soll ich einer schießen von den Beinen? Das wäre cool, oder? So, wenn ich... Den mit dem Bart lasse, okay. Zack. Ja, sorry. Was? Ich bin ausgerutscht. Ach, was? Ach, schab. Warum? Komm schon. War doch kaum. Das... Das muss erlaubt sein. Hallo, die Möglichkeit war da. Ich kann doch mal daneben schießen. Ach, die zwei Trottel. Ach, man. Ja gut, okay. Könnte ich jetzt einer schießen? Nein, ne? Kommt doch das gleiche hinaus. Der hat sich kurz hoch bewegt, irgendwie. Warum kletzt du denn für die? Als ob das so die Leistung ist, da zu stehen. Die Leistung ist zu treffen hier. Auf einen Fuß so, what the fuck. Bleib stehen, bleib stehen, Mann. Bleib stehen. Bewegt dich doch nicht so. Verdammt, du verlierst. Wow. 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 Now do one while I hop. Do one while I turn somersaults. Shoot me. Oh, give me the gun. Let me shoot him. For all mankind. Give him the gun. Give him the gun. I don't blame you, sir. This man's tongue, I would run too if I could. Here, for your skills and talents. Thank you. Now, brother, I am going to walk Helen home. Don't follow us. She has an elderly aunt, and I fear the side of you could finally finish her off. Helen, is this creep bothering you? You two, come along. There aren't two. There's me and the lizard man, who's able to not aggregate us together. You two, come along. Sorry. You're just insane. I'm just insane. You are too much. You're so crazy. Now she's not too far. Das können wir erreichen. Wo ist mein Pferdchen? Also, das ist da vorne. Okay, ich komme zu dir. Bleib da. Nein, nein, bleib hier. Ja, scheiße. Was ist jetzt? Ich habe hier 512... Wer ist das? Kopfgeld, ne? Soll ich die Zahlen? Dann bin ich... Ja, muss man sogar, ne? Sonst ist es scheiße, man. Ich kann hier nichts machen. Alles ist gesperrt, weil ich Kopfgeld habe. Na, ja. Wo ist der scheiß Zug? Da links, ne? Ah, super. Ja, komm, dann zahlen wir. Das sind die Sheriffs, ne? Musst du aufpassen. Schneller hinter denen. Hi. Ja, Kopfgeld zahlen, komm, du Arsch, ey. So viel Kohle. Was, denn auch? Okay, alles, dann bin ich aufwoll. Scheiße, man. So viel Geld. Na, ha, 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 ha. Fürs Kopfgeld. Ich kann nicht mal was dafür. Wenn wir jetzt die Mission machen, ne? Und dann wieder Kopfgeld kriegen, dann ist Katastrophe. Dann hab ich gar keinen Bock, ne? Unser ganz hart verdientes Geld. Einfach weg. So, hier, hier haben wir gar keine Tiere gejagt, ne? Deshalb sind wir so im Verzug. Deshalb können wir nichts erstellen und so. Nichts herstellen, nichts. Ah, ja. Aber mein Fisch ist immer noch da, ne? Ich muss mal den Fisch gleich so wegtun. Und dann gucken, ob wir dann immer noch im Inventar Fisch haben. What, what, what? Keine Abkürzung, nein, nein. Oh. Scheiße, ich hätte nicht hier runterlaufen müssen. Ja, super. Okay, okay. Aber das ist die letzte Mission hier, oder was? Die einzige, meine ich. Äh, John? Bist du's? Ach nein, die Indianer. Stimmt mit dem Öl. Du kamst. Natürlich, ich kam. Ich sagte, ich würde. Es gibt einen Vormann. Sein Name ist Danbury. Es sind die Füße in der Ophäre, vor der Refinierung. Es ist das Fenster, mit dem Schraubladen ab. Ich sehe es. Wenn die Füße so inkriminierend, wie wir glauben, Mr. Cornwalls Männer werden sie zerstören, wenn sie wissen, dass du kommst. Es gibt nur einen von mir, Junge. Ich will nicht, dass sie wissen, dass ich kommst. Was würden die Füße sagen? Es wird ein Report von Leyland Oil Development Company. Und du hast das Geld? Ja. Einige Ideen, wie ich in dieses Ort schnauze? Du könntest unter der Füße schnauze, oder in einem Wagen schnauze. Sie werden immer in die Füße schnauze. Ich gehe mal schauen. Wenn es ein Problem gibt, kenne mich. Ich dachte, das ganze Punkt war, dass das nichts mit dir zu tun hat. Eigentlich. Äh, was ist jetzt? Wenn du schnell bist, kannst du unter den Wagen klettern. Okay. Dann schnell, 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 schnell. Oh, ja, hat er geklappt. In den Wagen klettern und verstecken. Ja, aber komm, mich sieht doch jeder hier, oder nicht? Kino-Kamera. So, okay. Okay, dann los geht's. Ölfabrik. Verdammt, es ist dunkel. Wie wird das dunkel hier? War du gerade gar nicht dunkel, oder? Aber beste zum Schleif. So, diesmal hole ich aber meine Messer, oder? Oder fangen wir an direkt zu ballern? Dann hole ich meine doppelläufige Shotgun. Oh, Mann. Da bin ich kopfabert, keine Sprint. Wie ist das denn, Al? Hey, Tom. Puckin'up? Ja. Supposed to meet the early train to Saint-Denis. Okay. Better get move on, then. Saint-Denis. So, wir sind drin. Na, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Wagen verlassen. Komm, weg, weg, weg. Eingang in die Fabrik, ne? Direkt hier rein. Zack. Direkt hoch, oder? Schnell hoch. Da kennt mich keiner so schnell. Ah, wir holen ein Messer. Falls hier jemand ist. Nein, ist hier zu scheiße. Aber können wir hoch? Komm, ganz auf Dach. Sniper haben wir auch dabei, weil die ist viel zu laut. Zack, hier hoch. Oder konnten wir hier rein? Nein, hier rein können wir nicht. Okay, und hier auch nicht? Okay, dann weiter hoch. Okay. Können wir hier reingehen? Nein, können wir nicht. Okay, weiter geht's. Können wir hier reingehen? Aber wir können reingucken, oder? Nein. Geht auch nicht, okay. So, das stört mich voll auf der Karte. So, jetzt nicht mehr. Der Weg verwehrt mich. Von hier? Was, der hat mich gesehen? Ach, come on. Ich will Neustart. Ne, Jungs, so geht das nicht. Komm. Schieß mich zu Tode. Komm, das war ja nichts. Ich stand nur ein bisschen auf der Kante, ja? Neustart. Ich will schleichend. Ich will schleichend. Mal sehen, ob es klappt. Es klappt so oder so nicht. Das weiß ich, aber... Das war lächerlich. Das war echt lächerlich. Fuck, war das hell. Oh, nee. Nicht nochmal von hier vorne. Oh. Das dauerte ewig. Fuck. Ah. Trotzdem, ich will's so. Oh, Mann. Scheiße. Okay, die paar Minuten. Können wir das überspringen irgendwie? Nein, können wir nicht. Aber die Musik ist doch geil. Du, 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 du. Okay. Ich muss noch überlegen, soll ich denn ein paar abschlachten? Oder nicht? Das heißt, ein paar ausschalten, so nebenbei. Oder darf ich nicht. Dann werden die entdeckt und dann ärgen die mich trotzdem. Das heißt, komplett unentdeckt. Und dann... Das ist schwierig. Ja, wir sind's wieder, ey. Hallo, Tom. Ja, ich soll mich auf den ersten Trainern in San Dene. Okay. Dann lass uns ein bisschen überlegen, dann. Okay, rein, rein mit dir. Wir können doch jetzt schon verlassen, oder? Ich würde jetzt schon verlassen, aber nein. Dann fahren wir halt rein. Der steigt da aus. Ich steige hier aus. Zack. Schnell, 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 schnell. Ja, ich muss auch unten bleiben. Ich bin hochgegangen, das war unnötig. Deshalb haben die mich da entdeckt direkt, ne? Dann wäre ich direkt hier reingegangen, wäre alles gut. Gut. Okay, hol ich mein Messer. So, da ist wieder einer steht. Wo müssen wir denn hin, überhaupt? Auf die andere Seite, ne? So, hier sieht uns keiner. Der hat's schon gedreht. Ah, der ist jetzt da rübergegangen, okay. Cool. Aber wir müssen da hoch. Der guckt nach draußen. Sollen wir ihn ausschalten? Nein, wir gehen vorbei. Okay, das klappt, oder? Okay, weiter, okay, weiter. Guck nicht hoch, guck nicht hoch. Okay, weiter geht's auf die andere Seite, ne? Oh, da ist jemand. Scheiße. Der wird uns sehen, ne? Nein, der geht nach draußen. Der guckt raus. Okay, wir müssen ihn ausschalten, oder? Und wir können auch vorbei gehen. Gehen wir vorbei? Wir gehen vorbei. Okay, los geht's. Weiter, weiter, weiter. Und so. Okay, wir gucken in die andere Richtung, und dann rein mit uns. Du musst bist verdammt, Barry. Schlagen? Direkt? Danbury. Ja? Ich brauche ein paar Pfeifen, mein Freund. Nichts wichtig, ein Feuer. Ich bin aus dem Hauptgleich. Du bist nicht aus dem Hauptgleich? Oh, ist das für einen Daumen? Oh, Mann, jetzt. Das ist ein Petron, Junge. Nein. Ich brauche ein F позволiges von der Leyland-Öl-Development-Company. Der, bei der Öl-Näumen nach Wapiti? Ich... Noch was? Was, du? Wohin, wohin mit dir? Okay, ja, was machen wir jetzt mit dem? Wenn wir wieder lassen, ne? Scheiße, wir haben... Nein, Dambury. Dambury? Dambury, du bist okay? Sag dir die Regarde, du bist okay. Ja, es ist... Ich arbeite, alles ist okay. Jetzt bleib dir ruhig. Oder mein Herr Obersteller wird mich zurückgebracht, um dich zu holen. Ja, zero ist sonst. Du hast was passiert. Aber du hast mich nicht bedrohlt, ne? Das heißt, alles gut. Den können wir am Leben lassen. Ach, fuck. What the fuck? Oh, shot die Garn. Und... Diese Headshot, ne? Ist der weg? Nein. Zack. Du doch. Haha. Mit dir. So, es brennt hier, wie es aussieht. Was ist das mit unserem Leben? Der ist noch gut. Schnell abhauen. Der wollte uns erwischen, ne? Der ist auf uns gelaufen. Ah, wo ist die Garn? Bam, Junge. Schnell aufheben. Hat der aufgehoben? Nein. Streitet euch. Dann komme ich besser dran. Komm schon. Nochmal. Okay, weiter geht's. Warum brett denn hier? Ach, der hat's ist angezündet, ne? Du guter, guter Mann. Fliegender Adler. Ja. Der fliegende Adler. Und du mit beim Bogen? What the fuck, ey? Echt jetzt? Der mit seinem Bogen, ey. Echt jetzt? Bogen? Junge. Ja, wir haben's geschafft. Scheiß. Ich habe das Bogen. So, ihr habt den Dank? Ja, es ist nicht zufrieden. Er war sehr, es war sehr, sehr, sehr. Ich dachte, du warst nicht. 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 Du hast mir geschossen. Danke. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich hoffe. Ich weiß nicht, was ich hoffe. Aber wer weiß. Vielleicht wird es ein paar Geist. Hier ist dein Geld. Danke Money, money, money Wie viel? 250, jo Nice Das kann man behalten So, was haben wir denn jetzt? Wir haben doch ziemlich Alles, achso, den Typen haben wir Öh P.O. haben wir jetzt gar nicht weit, ne? C.C. Okay, dann retten wir mal dahin, ne? Ist ja nicht so weit Liegt auf dem Weg, dann machen wir das auch Wir haben ja noch ein bisschen Zeit Äh, wir können Unser Bogen holen, wo ist unser Bogen? So Und auf dem Weg ein bisschen Bisschen jagen Wenn wir irgendwas finden Vernünftiges Weil In dem Gebiet, ne? In dem Gebiet, glaube ich Mussten wir die ganzen Sachen Jagen Oh, warum ist Da liegt schon Ach, da sind die Typen, die da gestorben sind Das ist klar Weil ich glaube Die ganzen Sachen, die wir da freistellen können Sind alle von dem Gebiet hier Weil wir früher nicht gejagt haben Und deshalb ist das alles Geblieben, ne? Ach, scheiße, hier Abkürzung, Mann Was Reizt doch nicht hier drum herum alles Okay, unser Pferd hat noch viel Ausdauer Zack Okay, den haben wir Wunderbar Zack Was haben wir hier? Was ist das überhaupt? Äh, okay Den können wir häuten, ne? Oh, Pfeil haben wir auch eingesammelt Wunderbar Stimmt, ich habe gar nicht herausgefunden Wie viel man Ich glaube, fünf Was, so eine Rolle? Nein Rolle geht nicht Doch, Rolle geht Oh Ich dachte, Rolle geht nicht Verstauen, dann Das wäre scheiße So, weiter geht's Bogen haben wir, oder? Ja Da hinten sind wieder Tiere Zack, den haben wir auch Der andere ist groß Was ist das? Oh, der humpelt Der Arme Oh nein Ja, der Arme, ne? Arme Hätte er nicht gehumpelt Wäre ganz normal Aber wenn der humpelt Dann ist das schon so ein Armer Zack, zack, zack Wie der das macht Krass Ich sag das schon Achso, das ist gut Ich hoffe, wenn wir mit zwei Schuss Dann war das scheiße Dann ist er schon kaputt Warum mein Bogen nicht wieder? Okay, dann komm Weiter geht's Wir müssen doch noch Tiere irgendwo sein Okay, die Pflanzen Brauchen wir die? Die haben nicht eingesammelt, ne? Sowas Oh, ein Fuchs Scheiße, haben wir erschreckt jetzt Oh Den hätt ich gerne So, da zammelt auch ein Brauchen wir für die nächsten Missionen Und, ist er noch da? Da hinten ist der, ne? Ah Da kann mein Bogen raus Und, haben wir ihn? Direkt One-Hit? Ich denke ja, ne? Rufen wir unser Pferdchen Oh, da ist ja noch einer Und, haben wir ihn? Ich glaube ja Was schreit denn hier so? Ist das mein Pferd? Nein, da ist irgendwas Was schreit denn da hinten? Okay, keine Ahnung Irgendwelche komischen Geräusche Achso, stimmt Ablegen Ey, ich versuch's Vergessen mal Zu verstauen Ich steige direkt auf Hätte auch schon irgendwie Automatisch machen können, so Beim Aufsteigen Zack, hinten hingelegt Fertig Ja, ist ja gut Nicht direkt ausrasten Pferd Was ist da hinten? Nein, nur ein Busch Nur ein Busch Ach, der hier ist gestorben, oder was? Was ist das? Ach, der Bison, oder was, ne? Er ist ja tot Ja, super Bringt mir ja nix Äh, das ist Verwestes Tier Kannst du nicht mehr häuten Achso, okay Verwestes ist vorbei, ne? Warum ist hier alles rot? Hä? Der Gegner? Okay Schauen wir mal nach Was hier abgeht Ja, alles rot, ne? Das müssen nur Gegner Finde Mit Danny Ah, der ist schon die Mission, ja Nein, alles gut Alles gut Brauchen wir nicht Ach, hier ist jemand Nein Die haben direkt mich erwischt, ne? Und erkannt Mann Oh, der ist auch noch Okay, noch einer, ja, ja Ah, nein, noch einer Noch einer Wohin mit dir? Nein, nein, nicht Darunter Oh Ich hätte ihn nicht umbringen müssen, ne? Uh, ja, dann wissen wir beim nächsten Mal Besser Ja Warum denn nicht direkt Nein, nein, nein Was ist da? Achso, der Der ist schon direkt Fertig, oder was? Okay, 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 okay Warte Ach, komm schon Naja, das war's, ne? Junge, junge, junge Das Das war nix, ne? Hier Mit deinem Weglaufen Oder sowas Erstmal plundern Aufheben Nein, nicht mein Fisch weg Wir müssen jetzt Wir müssen jetzt den statt unseren Fisch, ne? Warte, wenn ich jetzt nachgucke, meine Tasche So, hab ich den Fisch jetzt hier Da haben wir Kittenhierig Fisch, ne? Den haben wir da Okay So können wir doch nachgucken, oder nicht? Jetzt gehen wir zu unserem Pferdchen Und Schmeißen jetzt den da drauf Zack, der Fisch ist weg, ne? Gucken wir in den Inventar Und der Fisch ist Okay, dann riecht Ist noch da, ne? Okay Dann lassen wir mal so, ne? Wenn der Fisch ist noch da, dann Halt die Fresse Äh, wo müssen wir hin? Wo müssen wir hin? Weit, 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 weit Äh, ja, schon, ne? What the fuck? Bis da runter Ups Ach, den Typ stimmt, den wir auf den Elektrostuhl setzen werden Oh fuck Der hat den Kürzern gezogen Ja, der hat echt Pech What in hell are you saying, mister? This professor Andrew Bell III I believe he said He's a little odd Maybe hairbrained But I got no reason to doubt the quality of his work What's this damn professor got to do with anything? Well, he wants to try this New electricity chair on you To kill you You mean? Well, he wants to try this Oh, he wants to try this Well, he's going to strap you into this contraption And run a large electric current through your system Got something to do with moonshine I don't quite know what I guess that's why he's the professor And I'm the bounty catcher But as I said, I can pass on his assurance Is that this is a most humane way to go It'll be just like Well, like switching off a light They wouldn't let you do this to me They wouldn't Oh, they would And we got a permit and everything We have official agreements, yeah All right Everything will be good We have agreements I ain't ever seen the actual impact We have everything We have agreements Wir dürfen grillen, braten, wir dürfen nicht stromen Aber gut Ich denke mal Wir haben noch einen langen Weg für uns Und wir haben keine Zeit mehr Denn für heute haben wir es erledigt Und den bringen wir nachher in der nächsten Folge wieder heim Und schauen, was uns noch erwartet Ich bin für heute raus Und wir sehen uns beim nächsten Mal Der Cheater Ciao